Musik So, dann will ich jetzt hier ein bisschen weiter hier, ne? Ein bisschen weiter meinen. Ich kann mir ja regelrecht viel in die Hosen. Oh, geil, Slime. Ja. Nein! Oh. Oh, da unten ist Gold. Da. Ja. Ja. Diamonds. So, Junge, jetzt klatsche ich den weg. Komm, ich schuck dir jetzt in die Lava. Geil. Scheiße, ich hab vergessen, andere Ratschelung zu machen. Kacke. Ähm. Äh, scheiße. Da, und herzlich willkommen. Ach du, nein, Alter. Ja. Oder herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft, ne? Dumpfbacke, ich hab wieder komplett verschissen. Das ist ein Kack zu mir. Komm mal her. Komm mal her, ne? Mein Herz. Ach, Flo, so. Ja. Ja. Diamonds. Ja. Diamonds. Geil. Oh, jetzt wird das hier noch abgebaut. Ja, einer. Bitte, zwei. Bitte. 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 Egal. Schade, aber egal. Egal. Wisst ihr noch, wo, äh, hier unten, ja? Da unten waren ja voll viele Diamonds. Nein. Oh, fuck. Oh. Hilfe. Oh. Alter. Alter. Ey. Jetzt ist ja auch noch eine neue Kack-Hexe. Oh. Hier ist es, Mari. Hat mir auch ganz kurz was im Leben gescheppert. Nein. Scheiße. Alter. Verpiss dich. Scheiße. Wie scheiße kann man sein? Nein. Echt, Alter. Mann. Oh, Jesus, Alter. Hilfe. Äh. Ja. Ja. Diamonds. Ja. Geil. Es war wieder nur eine, aber trotzdem. Egal. Egal. Egal, Alter. Arschloch. Ach, bitte, Alter. Okay, jetzt boxe ich ihn in. Nur mal, Salah, Alter. Äh, was für ein Problem, Salah. Nur mit Ali, dein Urkos, Vater, Alter. Sack. Aua. Arschloch. So, Alter. Jetzt noch ein Möbel, du Arschloch. Ja. Hallo. Ey, jetzt. Hallo, von wo? Ach, von da, Junge. Mit einem Lederhelm, Junge. Ja, ich bin mir alle. Was ist ein Arschloch? Nein. Ey, Junge, ne? Ich werde hier wirklich von überall angegriffen. Da wollen die mich auf einmal hier rumbringen, Alter. Genau, das meine ich. Genau. Ja, Eisen kann man doch eh mal gebrauchen. Ja, das passt so jetzt. Das reicht. Ja, guck mal, ich habe fast ein Stack so Eisen. Ja, ich habe ein Stack und ein halbes Stack Eisen. Zwei Diamonds, bisschen Gold, bisschen Lapis, bisschen Redstone. Das sollte passen. Ja, natürlich Nacht, Alter. Komm. Muss das sein? Nee, es muss nicht sein. Ist aber trotzdem so. Jetzt ganz schnell nach Hause, Mensch. Ganz schnell nach Hause. Wie sind hier noch keine Fackeln, Junge? Bei meinem Klausel sind auch keine Fackeln, Alter. Bin ich dumm? Junge, jetzt habe ich 16 Diamonds insgesamt. Ist doch geil. Ist doch richtig geil. Ist richtig, hm, ja, Alter. Hier, mit Cis, Kaka, da. Auch noch. Das doch, hm, ja, Alter. Ja. Meine Fresse, Alter. Ich kriege mich hier runter, Alter. Äh, hier Kupfer wollte ich. Also ohne Witz, Kupfer ist irgendwie geil, aber auch irgendwie scheiße. Es braucht eigentlich niemand, aber auch irgendwie jeder. So, jetzt würde ich... Ich will hier an meinem Haus gucken. Was braue ich? Ich brauche einen Amboss. Ich brauche ganz, 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 ganz dringend einen Amboss. Äh, Amboss, Amboss. Ich brauche hier noch das hier. Äh, wo ist es? Hier. Warte, habe ich einen Amboss? Nicht, dass ich mir jetzt einen zweiten mache, Junge, weil sonst zwei nicht. Amboss, Alter. So. Amboss. Kommt auch in die Kiste hier rein. So. Das ist doch echt brutal. Also ich bräuchte jetzt noch zwei Räucheröfen. Zwei Teppiche. Ein Fass. Ein Lagerfeuer. Ja, also eigentlich könnte ich jetzt schon mit dem Hausbau anfangen. Ich brauche jetzt noch einen Schleif... Ach. Ich brauche noch einen Schleifstein. Äh, ja, Junge. Es pisst sauer noch, Junge. Ich weine gleich wirklich noch, Alter. Äh, ja, gut, ne? Jetzt muss ich Stein braten, Junge. Ich habe eh nicht genug Kohle. Und jetzt muss ich auch Stein braten. Ich hasse alles. Junge, verpiss ich mit dein fetten Arsch, Alter. Äh, dünn, 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 dünn. Ich lege meine Bruder am Arsch. Dünn, dünn, dünn. Ich habe mir eine Pizza ins Nasenluch. Nein, 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 nein. Ich hasse Frau Bär, bock und hau mir einen in die Fresse. Geil. Es hat eher Schleifsteinlaunt. Sag, Alter. Rein da. Ich hole Bücherregale. Nein, nein. Aua. Nein, nein. Ich such mal hier in eine andere Richtung. Okay, weil da hinten hat man sich gefühlt 500 Kilometer Latschen, Alter. Dann ist da so ein Eisdorf, da gibt es safe auch keine Bücherregale. Sind cool, ich gehe in die Richtung, weil da drüben, da ist es relativ flach, da kann es gut sein. Das ist ein richtig geiles Dorf mit gefühlt 500 Bücherregalen drin. Es ist richtig geil, Alter. Let's get'n latschen. Let's get'n latschen. Meine Füße tun jetzt schon. Let's get'n schlapfen. Äh, was für schlapfen, Junge? Hilfe. Äh, scheiße. Nein, der wird auch jetzt. Äh, da hinten ist's, äh, Dschungel. Ah, der ist sich so super. Nee, ist eigentlich gar nicht super, Alter. Ich könnte kotzen. Und, ey, Bücherregal ist wirklich so eine Scheiße, ey. Jetzt bin ich mitten im Dschungel. Also, aber Melon. Melon nehme ich natürlich mit, ne? Wisst ihr was? Ich hab mich jetzt dazu entschieden, ich crafte die mir einfach selber, die Bücher. Das ist noch ein bisschen Aufwand. Aber ich mach mir jetzt, ich pflanze jetzt einfach ein bisschen Zuckerrohr an. Sugarcane, Alter. Und, äh, machen ein bisschen Papier. Hier, Rocky Industries, Papier, Alter. Ähm. Und ja. Dann hab ich mir Bücher draus und dann noch ein bisschen Holz. Und dann löp die ganze Sache hier, ne? Das hast du nie in deinem ganzen Leben gesehen. Ja, war eigentlich wieder alles umsonst. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen, ne? Aber ich hab meinen Lohn gefunden. Das ist ein... Das ist ein Fortschritt. Für die ganze Menschheit. Und mich. Alter, Junge. Heiligsblechle. Da haut sich ja die ganzen Schuhe raus. Ich bin jetzt gefützt mit meinem ganzen Eisenweg jetzt weggegangen. Aber wenn ich gestorben, hätte ich die Sache nicht mehr wiederbekommen, hätte ich gerade wieder fahren können. Jetzt verpisch ich mal mit deinem fetten Arsch jetzt. Alter, ey. Frinolin. Frinolin. Nein. Arschloch, ich will. Arschloch. Hat das andere keine Leine? Ey, Junge, es reicht mir gleich völlig, Alter. Ich bin ja. Oh, Alter. Und jetzt suche ich Wasser. Wo ist Wasser? Ja, da... Ich... Äh... Und die Hauptsache, ich stehe hin und sage... So, wo ist Wasser? Hauptsache, ich habe von der Haustür gefühlt. Ozean der größer wie die Pazifik ist, Alter. Ich könnte kotzen. So, ist zwar nicht viel, aber muss ich jetzt... Muss man jetzt mit leben, ne? Baby. Scheiße, scheiße, da fehlt mir eins. We are can kotzen. Aber egal, 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 egal. Warte, ich mache das jetzt so. Es, ich weiß, es sieht jetzt nicht schön aus. Sieht mich aber nicht so. Alter, würde ich sagen, war ganz geil. Ich habe ja auch in der letzten Folge ein paar Diamonds gefunden. Ein bisschen paar Amethysten. War auch ganz geil, ne? War was anderes. Nächste Folge werde ich wahrscheinlich, ähm... Äh... anfangen, mein Haus zu bauen. Nein, jetzt habe ich hier alles kaputt gemacht, oder? So, Alter. Ich werde nächste Folge anfangen, mein Haus zu bauen. Fertig. Vielleicht nicht, aber anfangen auf jeden Fall. Ich habe eigentlich größtenteils alles gefarmt. Ja, nur, aber würde ich sagen, war geil. Hau da rein, Leute. Und tschüssi, kopf, geh furzt nicht zu Hause. Und tschau, Alter.